Moin, liebe Studierende der Uni Kiel! Dies ist eine herzliche Einladung zu einem ganz besonderen Workshop. Es geht um Stimmtraining und Sprachgestaltung. Mein Name ist Susanna Proskura. Ich bin klassische Sängerin, aber habe auch Stimmbildung, Sprechtraining studiert und biete Ihnen in diesem Frühjahr einen Workshop an. Lehrer und Lehrerinnen stellen sich stimmlich ganz besonders großen Herausforderungen. Viele haben im Berufsalltag Probleme mit Heiserkeit oder sich in einer großen Gruppe durchzusetzen. Das kann sogar bis zur Berufsunfähigkeit führen. Und daran wollen wir arbeiten, denn es gibt tatsächlich Tools, die Sie anwenden können für Ihre Stimme, damit Sie nicht heiser werden, mehr Volumen haben, den ganzen Tag durchhalten können, aber auch wie Sie lernen, ausdrucksstark zu sprechen, dass die Kinder oder Jugendliche immer dranbleiben. Präsenz soll auch gerne eine wichtige Rolle spielen. Sehr gerne gehe ich auf Ihre individuellen Wünsche ein. Sie haben ja vielleicht schon Praktika absolviert oder waren schon im Referendariat und wissen, was Ihre Stimme braucht oder wo die Baustellen sind. Am Anfang des Workshops werden wir schauen, wo Ihre Bedürfnisse liegen und da werde ich mich dann auch danach richten. Mir ist ganz wichtig, dass wir praxisbezogen arbeiten. Wir können also auch an echten Texten arbeiten oder auch an Texten, die Sie für Ihren Berufsalltag brauchen und daran eben üben, vor der Gruppe so zu sprechen, dass es Ihrer Stimme richtig gut tut und Sie natürlich auch selbstbewusster werden. Nur wenn Sie lernen, wie unser Apparat Stimme funktioniert, mit der Atemtechnik, mit dem ganzen Körper, dann haben Sie einen Einfluss drauf und können Sie auch richtig schön effektiv steuern und somit auch langfristig bei gesunder Stimme bleiben. Ich freue mich als ursprünglich Kieler Sprotte sehr, von Lübeck nach Kiel zu kommen und Sie zu besuchen, Sie kennenzulernen und verbleibe bis dahin mit schönen Grüßen aus der Hansestadt Lübeck.